Hallo und herzlich willkommen zurück bei Great Tale Games Staffel 1 mit Game of Thrones Staffel 1 Episode 6 von Telltale Games. Ja, ich habe jetzt den Patch durchlaufen lassen und installiert. Es kommt jetzt also nicht mehr die Meldung, dass die Netzwerkfunktionen nicht da sind. Und ihr seht vielleicht deutsche Menütexte. Das heißt, ich glaube, dass ab jetzt die deutschen Untertitel da sein werden. Denn diese sechste Episode kommt ja gleichzeitig mit der Retail-Version in den Laden. Also dürften wir jetzt bei der letzten Episode hier deutsche Untertitel haben. Ist ja auch ganz schön. Ja, zuletzt hatten wir mit Garrett den Northgrove gefunden, wurden von einem Bären verfolgt. Und sind dort auf Leiter getroffen, die auf den Namen Forrester reagiert haben. Und wir haben mit Mira bei Marjorie Tyrell Sarah ausgebotet. Und ja, jetzt geht es wieder woanders hin und wir gucken mal, ob die deutschen Texte da sind. Bin gespannt. Ein Pferd. Achso, hier unsere Söldner-Army. Ja, tatsächlich, deutsche Untertitel. Fuck, Westeros! All we eat is fucking bread! We've passed villages. We should have raided them. You didn't come here to steal from farmers. We didn't come to get ambushed, either. But plans change. You can't believe my little brother's gone. All that bloody fool wanted was to come back to Westeros and fight for his family. I told him it was stupid. That we had a good thing going across the Narrow Sea. But he did it anyway. All for a family who cast him out. Who banished him to the other side of the world, but begged him to return when they needed him. It all comes back to Lud Whitehill. He's the reason Asher left. And the reason he finally came back. Fucking Whitehills. I keep expecting to turn my head and see him riding beside me. Laughing at the idea that he, of all people, could actually be dead. He said, but then I turn and it's just you. No offense. It's just not how I expected this would go. I know how you feel, Beskir. No, you don't. You hadn't seen him in years. Him and I, we used to sneak out of Ironrath and get drunk on me. With the Chandler's Daughters. He could drink like a fish. But I'd get so drunk he'd have to help me walk home. For one time he even carried me. We did the same thing once, actually. Except it was Valerian Fire Whiskey and a Butcher's Girl. Now here we are. Both of us. Without the man we once called Brother. Maybe you do understand. If I do just one more thing in this piss life of mine, it'll be to make those bastards pay. You'll get your chance for revenge. The Whitehills have shown their hand. They'll be coming for us now. But first. Roderick has a duty to bear. He needs to tell his mother that she's lost another son. He needs to tell his mother that she's lost another son. That's what we have to do. That's how it looks really nice. These... ... ... ... ... ... ... ... ... Die Söhne sind alles anders als Geister, denn sie sind eigentlich Escher gefolgt. Die Söhne sind alle. Hier, ich habe dich. Oh, Asher, du wunderschön, wunderschön Junge. Oh, Tripp. Mein Gott. Sie waren sehr lieb von Asher. Sie sahen ihn als einer ihrer. Asher ist tot, murdered. Aber wir müssen all turnen unsere Grief zu Rage. Und turnen die Rage auf House Whitehill. Für es ist sie, die ihn von uns. Sie haben nicht gemacht. Sie haben das für uns. Sie haben das für Sie. Asher hat uns hier gebracht, aber Asher ist tot. Sie haben gesagt, was kommt, ist nicht battle. Es ist slaughter. Nicht, wenn wir ein guter Kampf haben. Bah! Ach. 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 Was ist nicht, ja. Sie haben. Ach. 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 Hallo? Ich bringe eine Nachricht von der Frau Gwynn. Gwynn? Gwynn von Whitehall? Was sagt sie? Sie sind auf dem Weg. Sie werden auf unseren Garten durch die Nacht fallen. Wir haben nicht... Sie hat uns gewarnt, auf jeden Fall. Wir müssen sicher sein. Bitte, bleib ruhig! Bitte! Jeder! Schau an deinem Herr! Schau die Garten! Schau die Garten! Niemand kommt in oder aus! Unser Klingeln sind scharf. Hoffen wir's. Sonst hätte ich vielleicht die Mauern verstärken sollen. Sie sind schrecklich. Sie sind nicht schrecklich. Sie ist schrecklich! Sieare nicht die Bauchseinfurte! Ich habe noch nie gesehen, einen Kronen so weit nach dem Wall. Ich muss ein Deserter sein. Ich glaube nicht, fucking Deserter. Und du bist mit einem Wildling. All die mehr Gründe nicht zu glauben. Wir sind nicht dein Schicksal, sagt der Mann, der mich verletzt. Der kam hier unabhängig. Es ist der Lord Forrester hier nicht gekommen. Es ist der Forrester. Es ist der Sigil, aus Ironwood. Es ist der Grund. Es ist der Grund. Es ist der Grund. Es ist der Grund. Sie ist ein Bruder? Warum würde man mit einem Wildling traveler schreien? Sie ist meine Freundin. Eine Wildling-Gerl? Ich habe dir gesagt, wir können ihn nicht behaupten. Sie wird die erste Chance verletzen. Mein Name ist Elsera Snow. Das ist mein Bruder, Josserah. Was ist das Ort? Ein Weg gegen die Forsten der Dunkelheit während der langen Nacht. Ein Ort mit großem Kraft für diejenigen, die wissen, wie es benutzen. Ich glaube, das ist warum du hier bist. Du bist lange weg von Hause, nicht wahr? Da muss ich ein Grund, dass du all diese Weise gekommen bist. Lord Gregor's last words before he fell waren, The Northgrove must never be lost. What do you mean? Last words before he fell? Lord Gregor was slain at the Twins months ago. Betrayed by Walder Frey. You didn't know. Of course. How could you? He has no idea who we are. Why would he? You're right. He is just a messenger. All he did was use some Ironwood necklace they gave him. Why should we trust him with anything? They clearly didn't. Otherwise, he would know. Lord Gregor was willing to trust me. If he was, then you can too. He wasn't the best judge of character. Perhaps Lord Gregor never told anyone. I wouldn't be surprised. Better hide his shame where no one could find out. Okay. Ich bin interessiert, wer die sind und... Whites? Oh, schlecht. Gregor and Fend and Bjornen. Die Untertitel sind sehr gut. Ich schließe selber noch mal Lautschrift, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. What about them? Hiftenes. What? No! Let me go! Did they teach you to fight at Castle Black? I hope they did. Otherwise, you're likely to die. I'll do whatever you need me to do. Hm. Good. Ja, ich glaube, jetzt Forderungen zu stellen wäre völlig blöd gewesen. Ich muss sie jetzt verteidigen und dann versuchen rauszuholen. This place is evil, Garrett. I can feel it. There's something wrong with these people. Those warriors. They're not normal free folk. Not like any I've ever seen. Ready! Bye. Run for meis. Okay, wir wechseln aber noch mal den Standort. Wieder in Kings Landing. Und jetzt werden wir Probleme mit Sarah bekommen. Wait! Tom! What is it? Guards! They're searching your room. Break it down! Search the place! They're coming after us for the murder. Oh shit! The knife is in there. We should have gotten rid of that ages ago. Come on. We can't stay here. What's going on, Tom? Lady Marjorie said that she had rumors about me. It's all over the keep, my lady. They're saying you take Lannister men to your bed and murder them in their sleep. What? That's ridiculous. It'd be ridiculous, my lady, if soldiers weren't smashing in your door. They're saying you killed that Lannister guard. There's more. Someone sent the captain of the guard a message about you. Dropped off at the guard house. Anonymously. You mean... Someone's plotting against me. What was in the message? Murder accusations, most likely. Whoever's behind this, they're making their move now. If those guards catch you... If they catch us... We've got to stay close to Lady Marjorie. Licht... They won't touch us if we're with her. She'll protect us. Lady Marjorie can't help us. Not now. What? Why not? She... she just can't. Then we've had it, Lady Mira. Calm down. Tanking isn't going to help. Those guards won't stop until they find someone for Damien's death. What are we going to do, Lady Mira? How are we getting out of this one? Tom. Being near me is dangerous, Tom. You should get as far away as possible. Appreciate the thought, my lady. But we're in this together. Very good, Tom. But I don't know how to beat you now. Tell me and I'll help you. Whatever it is, we can't stay here. Things are too dangerous for me here, Tom. I need to get back to Ironrath. There's a Collier store by the Rivergate. On muddy way. The owners are like family. You'll be safe. From there, we can get you out of King's Landing. I mean, here wird's nur immer mehr in die Gegenrichtung gehen, für dich. Show yourself. It'll be worse for you. Warum sollten die so reagieren? Weil ein King's Landing immer steht. Geh zu den Colliers. Tell Gott, wenn ich dich sende. Goodbye, Lady Mira. Der Collier? Geh ihn! Auch wenn wir unsелиkaya haben, we invite our ultimateETHer, Naja, gut. Vielleicht kommt er ja raus. Aber auch da ist das jetzt wieder so ein bisschen konstruiert. Warum sollten die jetzt einfach so... Hey, mitten in King's Landing sind Leute. Jetzt gehen wir schnell gucken. Nun gut. Nehmen wir es hin. Au. Die Ladezeiten sind sehr lang. Und das Spiel ruckelt trotzdem wie Sau. Und das nach vier Monaten Entwicklungszeit. Das ist nicht gerade eine Vorzeige. Schau. So, wo sind wir jetzt? In Iron Was. Oh. Oh. Okay, ich dachte, sie können einfach keine Armeen animieren. Von der Größe. Es ging wohl doch eher darum, dass... Unsere sehr klein und vernichtend... Vernichtend... Wenig vernichtend aussehen soll. The gates are down. Archers at the ready. The foot soldiers are armed, for whatever that's worth. Talia. Melina. Yeah. In the cellars, where they'll be safe. You should be with them, my lady. And let Ludd think that I'm afraid. Roderick Forrester! By order of Houses Whitehill, Bolton, and Baratheon, I order you to surrender your keep and present yourself for execution. He must be shitting in his britches. A coward. Get your men off my land, Whitehill. And I might let you leave with your heart still beating. I can't do that, Roderick. Ramsay Snow said only one of our houses can survive. All that's left to determine is how you will die. Ryan, bring the gift. Oh, you should have seen the rest of him. or what's left after we fed it to the Dobs. Oh, shame him! Does he have no lip? Have you no bloody honor? Honor? Your brother would have attacked me with slaves. Take the gates! Okay, that's already a strong move, I must say. Get out of the way! My lord! We must take action! Reinforce the front gate. Use every piece of timber you can find. The fight was all over! Yeah! Hätten wir ja vielleicht schon mal vorher machen können. Und jetzt feuern! Wieso geht denn nur eins? Die oben feuern, die unten verstärken. Oh, der Wikinger. Das... Das ist Doncans fault. I've been in many Sieges. But because of him. The White Hills know our numbers, our defenses, the strength of our gate. And they're using Ryan as a human shield. I'd say we have hours. Maybe less. Once they break that gate. Ironrath will fall. I say we take the fight to them. Sneak out of the back. Verrass' them where they're looking. Ja, das wäre auch mein Plan gewesen. Gut. Bester denkt wie ich. Ich hatte gerade Kreis gedrückt. Kann man vielleicht über das Klacken. A small enough party could sneak out the Poston Gate. If we cut through the forest and along this hunting train... ...we'd end up here. Behind Ludd's army. Sounds like a plan to me. We hit their camp, kill some White Hills... ...and maybe get your brother back in the bargain. My Lord, I'm all in favor of acting decisively. But if you're caught out there... It's all right. If this war your house, your brother's life... ...Mira may live, but your mother won't. We don't have time to argue, Royal. ...this is the only chance we've got. As you say, my Lord. Just... ...keep your head on out there. Amir, this is it. We're going to war. Are you with me or not? Come on, Royal. Just do it. We are with you. Only because we need to keep our swords sharp. Then we leave this shit-cold land. We'll either have won, or we'll all be... Arrows! We need Arrows! Royal, I'm trusting you with a defensive iron rifle. They may have to break down the ropes, but they have no power to fight. Oh. They didn't have to break down the door, although I said there's no ropes. So you cut me loose, like some injured horse. Give me a moment. What is it now? No, why aren't you inside? Your master wants to send me away. The Glenmores have cousins in the Riverlands. I've stood by you since the beginning, Rodrik. If our knights together meant anything to you, tell him I belong here, at Aynra. Tell him I made my own choices. Lady, this is foolishness. Call it what you want, when Rodrik wins. I want to be here to see it. Of course you do, Alaina. This is your home now. Thank you. I think it's not a good choice, but I hope it's a good choice. Rodrik, we have to go now! If we want to have a future, then we must continue to see it, Rodrik. I'll wait for you. The gate won't hold much longer, even with the reinforcements. Then follow me. Let's end this before they do it. Good, that's the plan. Gut, dass feindliche Armeen nie auskundschaften, wo man vielleicht auch noch rein könnte. Kräftig wachsen. Sie hat den Schlüssel zurückgelassen, sind die Worte, die gesprochen wurden. Und dann werden wir beim nächsten Mal sehen, was damit gemeint ist. Und dann sehen wir uns dann. Euer Gauton. Ciao!